Hallo, meine lieben Zuschauer! Vor kurzem, in der kalten Wintersaison, ist ein Wunder geschehen, eine Katze wurde vor dem Erfrieren gerettet. Freiwillige berichten, dass das Tier, vermutlich von seinem Besitzer ins Wasser geworfen, dank seiner bemerkenswerten Überlebensfähigkeit überleben konnte. Die Geschichte begann, als ein Mädchen, das sich auf ein Fotoshooting vorbereitete, ein kleines Kätzchen auf einem Eisschorle entdeckte, das miauend um Hilfe bat. Die erfrorene Katze atmete kaum und benötigte dringend medizinische Hilfe. Auf der Eisschorle konnte sie sich aufgrund eines Katheters nicht bewegen und vorallmählich im Eis ein. Das Mädchen war gegenüber dem Leiden des Kätzchens nicht gleichgültig und brachte es in eine Tierklinik. Die Ärzte begannen sofort mit der Rettung des Tieres. Nachdem sie die Fotos gesehen und die Geschichte gehört hatten. Es stellte sich heraus, dass diese Katze bereits früher medizinische Hilfe gesucht hatte. Ihr wurde ein Katheter eingesetzt, da sie nicht selbstständig auf die Toilette gehen konnte. Tierschützer berichteten, dass der Besitzer der Katze behauptete, sein Haustier zur Behandlung zu Verwandten in eine andere Stadt geschickt zu haben. Es stellte sich jedoch heraus, dass dies eine Lüge war. Nachdem der Besitzer aus der Tierklinik gegangen war, warf er die kranke Katze einfach in den Fluss. Aber das Tier schaffte es auf wundersame Weise auf die Eisschorle und blieb am Leben. Dank einer guten Seele, die zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Als die Geschichte der Katze in sozialen Netzwerken bekannt wurde, reagierten die Menschen sehr heftig. Viele verurteilten den Besitzer und forderten Bestrafung. Und sie sammelten Geld für die Behandlung des Kätzchens. Und was passierte dann? Ein paar Tage vergingen, und der Mann tauchte auf und erklärte, er hatte die Katze nicht weggeworfen. Im Gegenteil, er kümmerte sich um sie und behandelte sie. Aber die Katze entkam durch ein Fenster, die Wohnung war im Erdgeschoss. Die Freiwilligen glaubten ihm jedoch nicht und erstatteten bei der Polizeianzeige. Diese Geschichte lehrt uns, dass Güte und Mitgefühl Wunder bewirken können. Seid nicht gleichgültig gegenüber dem Leid anderer, denn selbst der kleinste Schritt kann das Leben jemandes retten. Freunde, unterstützt den Kanal mit einem Like und einem Abo. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns in den nächsten Folgen.